Willkommen zurück zu Clash of Clans und Splatoon 2 Story werde ich morgen aufnehmen ins Martin Rebels King the Metal Die Story werden wir dann im Laufe des Monats glaube ich wenn nicht machen wir sie im nächsten Monat also glaube ich aber in diesem Monat im nächsten Monat soll sie enden erst im November wird dann noch mehr Online Display laufen ok und Marium Rebels King the Metal kommt auch noch und ab Oktober kommt dann ja Oldiesay raus deswegen da schon einmal das sonst hätte ich wenn ihr Lust drauf habt könnte ich das auch machen und zwar Pokemon Tekken DX für die Switch aber nur wenn ihr Lust drauf habt also schreibt mir das mal in die Kommentare das kommt jetzt bald raus ich glaube nächste oder übernächste Woche ich weiß nicht ich hab's mir noch nicht vorbestellt und hab's auch nicht vor gehabt zu holen ja was sonst noch zu sein ist also und ansonsten werde ich noch Rocket Leech Rocket Leech werde ich bringen die Switch Version und ansonsten ja Rocket Leech muss man sicher downloaden also Rocket Leech gibt es keine Spielverpackung da gibt es nur den das ein Download genau da gibt es nur ein Download warum weiß ich nicht aber ich ja ist blöd ist jetzt blöd so aber eh man kann nicht da alles haben ich würde gerne eine Spielverpackung haben aber ja geht nicht und genauso wenig wie ich den Gegner jetzt besinnen kann und ich kann den Gegner besinnen wenn ich den Gegner besinke ich würde ausrasten aber so wie es aussieht verlieren wir hier ja ja okay das hätten wir verteidigen können ja so das war mal die Planung für die Switch ansonsten noch Vorschläge habt aber in die Kommentare jetzt ist die Frage wenn die neue Xbox besser oder PC wenn ich wiederkehne mal naja es hat das Problem vielleicht kann man dann dort auch Spiele aufnehmen also wenn es euch interessiert und das war ganz in Ordnung fällt der Turm was denn auch sonst der Feld nicht okay so jetzt können wir mal gucken aber auf jeden Fall dass wir mal so planen müssen dass ich dann zu einer zu einer von den beiden hole so wo was wir dann die Eintritts kriegen könnten ja gucken wir mal ob wir überhaupt müssen wir vielleicht uns verteilen wo ich anschließe und dann ich die Capture Card anschließe und das dann an alle Geräte angeschlossen ist wie gesagt weil das finde ich besser viel besser ergibt uns hier sogar der mit okay hätte ich gesippt da hätte ich sappen müssen oh Gott letzte Folge war das Deck noch in Ordnung komm mach doch einfach schade komm 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 hau raus nie nie Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, nein! Tunnelgräber! Komm schon! Ja! 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 Letzte Sekunde! Letzte Sekunde! Letzte Sekunde! Wenn das mal nicht eine Folge war! Wenn ihr das genauso geil seht, schreibt mal in die Kommentare! Würde mich sehr freuen! Das war wirklich Glück in allerletzter Sekunde! Also! Das teilen wir! Und dann würde ich sagen, ich muss gleich los! Und ihr kriegt die Folge! Ciao und bis zum nächsten Mal! Also! Die Zukunft ist geplattet! Ciao! Ciao! Ciao!